Na ja, und dann haben wir ja meine Art und ich das gegessen, also das war ja mal richtig gut heils, ja. Und zum Nachtisch habe ich noch eine Scheibe Emmentaler gegessen, so Käse schließt ja den Magen und dann habe ich hier noch so ein, ich habe ja so 0,2% Fettchenjoghurt und da habe ich mir so eine Schale gemacht, ein bisschen mit braunem Zucker noch, wir hatten ja nicht viel gegessen, heute früh oder was, unsere Zeiten, oder meine Zeiten sind ja so ein bisschen durch den Wind, haben wir gegessen, ja. Und heute Nachmittag musste ich das Auto wegbringen, Heinz, der musste in die Werkstatt, weil ständig, wenn ich starte, ist die Batterie richtig gesaugt, ja. Und wenn es nass ist und feucht, startet es nicht mehr richtig, nun bin ich heute endlich in die Werkstatt, Weihnachten hatte ich natürlich auch im Gepäck, der ist ja viel bei mir jetzt im Moment. Und dann sind wir heruntergefahren zu Tien Dung, ja, der ist hier oben an Heilensee, so Richtung Konradzhöhe, und dann auch. Willst hoped. Ja.